So Leute, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht gerade schon von den Custom Games die besten Liste. Also gestern wurde wieder fleißig Custom Games gespielt. Erstmal danke an alle, die da mitgemacht haben. Und natürlich nochmal extra, wo es geht jetzt aus, an Moritz und Justin, die gestern neue Mitglieder geworden sind auf dem Kanal, auf YouTube. Und natürlich danke auch für die ganzen Donations. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel, gehen auch direkt herein in den Shop. So, jetzt muss ich nur die Seite aktualisieren. Zack, und dann würde ich sagen, rein da. Und ich kann euch sagen, immer noch kein Travis Scott, immer noch kein Marshmallow. Also irgendwie ist das Ganze echt ein bisschen seltsam, dass der eine Skin kommt, aber der andere überhaupt nicht. So, wir gucken uns gerade mal die ersten Pakete an. Da haben wir einmal das Caesar-Paket für 2100 V-Bucks, weil da ausnahmsweise habe ich mal nichts von dem Paket. Nichts, wir gehen da auch in alle raus, die mich da unten beschenken. Ist aber wirklich ein schöner Skin. Einmal mit Maske, einmal ohne. Passende Rückenastuswahl. Dann die Pickaxe. Und Pickaxe gerade den Effekt auslösen. Ah, ist okay. Dann der Kleider. Also ich würde sagen, ja, ja, nicht so laut. Ich würde sagen, für 2100 V-Bucks kann man da eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, ist meine Meinung. Ist alles nice, aber ist halt wirklich von letzter Season. Von daher passt nicht so gar... Ja, doch, so halb passt immer noch eine neue. So, dann haben wir die Motorrad-Skins wieder drin. In vier verschiedenen Stilen. Entweder kriege ich Schnupfen oder keine Ahnung. So, den für 2200 V-Bucks. Dann der Sturmraser. Dann die High-Octan. Auch ein... Wie, auch Gott. Vier verschiedene Varianten schon. Loy. Ist ein normaler P-Gaxe, würde ich sagen. Dann haben wir das weitere Motorrüpel drin. Ich glaube, gestern hat den doch einer gespielt von euch. Ich bin jetzt ganz unsicher. Und der Skin war anderthalb Jahre nicht im Shop drin. Deshalb kam mir der gestern auch nicht so bekannt vor. So, wie gesagt, anderthalb Jahre nicht im Shop gewesen. 800 V-Bucks-Skins kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Dann gucken wir weiter. Natürlich noch der passende Rucksack dazu. Dann ein Stuntrad. Natürlich auch anderthalb Jahre nicht im Shop gewesen. Dann... Oh, mein Skin ist da. Mein Rabe. Dann natürlich noch Verwüstung. Also die weibliche Variante. Da, wo auch die Flügel dabei sind. Warte mal, bei ihm sind die Flügel... Nee, er hat die Flügel nicht. Also nur bei ihr sind die Flügel dabei. Dann die Pickaxe dazu für 800 V-Bucks. Dann ein gefiedeter Flieger. Auch schöner Kleider. Ich mag den Kleider wirklich. So, den hatten wir schon. Dann haben wir MC Waffle wieder im Shop. Ah, gut. Das ist halt wieder so ein Just-for-Fun-Skin. Ist klar. Dann haben wir die Expertin schon wieder im Shop. Also die kommt wirklich oft in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Dann die Sturm-Truperin. Kleiner OG-Skin. Dann schöner Strauß. Ach, wie schön. Ah. Dann haben wir echt heiß. Gut, bei ihr passt es. Und natürlich Schattentraining. Schattentraining ist endlos. Also es hört einfach nicht auf. So, dann Major Laser Paket noch drin. Immer noch die TikToks Emotes, alle drin. Und natürlich die restlichen Pakete auch. Letzter Lacher Paket. Ich glaube, das bleibt bis, keine Ahnung, bis Weihnachten. Und bleibt das Paket drin. In Rettet die Welt gibt es leider keine Wiwax-Missionen. Da sind wir zur Zeit ein bisschen sparsam. Denkt dran, Crew-Paket. Da habe ich auch schon ein Video hochgeladen. Das seht ihr schon, was ihr alles bekommt. Und man bekommt sogar noch mehr. In dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Tag. Und natürlich nachher die Aufgaben nicht vergessen. Und viel Spaß beim Level. In dem Sinne, haut rein.